Hallo Leute heute bin ich mal wieder am Start, frisch am Start und zwar wie ihr sehen könnt bin ich draußen in der schönen warmen Sonne gerade eben und weil ich nämlich jetzt ad mein Fitnessprogramm zeigen will und ja falls euch das Video gefällt gebt einen Daumen hoch anstatt für 4 Likes gehe ich diesmal nur für 1000 Likes und ja ich hoffe euch hat das Video gefallen wenn ja liked es doch dass ein 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 ist es ich ein ein mãe ein ein Untertitelung des ZDF, 2020